Guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Team von Rentenbescheid24.de wünscht Ihnen allen einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Viel Spaß beim Feiern. Wir wünschen Ihnen auch viel Gesundheit und Freude im Jahr 2023. Und das kann ich Ihnen schon versprechen. Wir sehen uns morgen im Jahr 2023 auf unserem YouTube-Kanal von Rentenbescheid24.de wieder. Bis dahin, Ihr Rentenberater Peter Knöppel.